Einfach ist für mich ein Pferd, der mitdenkt. Einfach ist ein Pferd, der das genauso sieht im Parcours, wie ich das auch sehe. Der mir hilft, die Aufgaben zu lösen. Das allerletzte Vermögen, vorsichtig, hat riesengroße Überzicht und so ist es mit Colorit auch. Colorit Z ist ein Zohn von Coriano Z, aus einer Reihe von Capitole und Sacramento-Song. Es ist eine lustige, um ein succesvolles Sporthengst zu finden, wo der Vollblut noch so dicht in der Pedigree sitzt. Colorit habe ich schon seit vielen Jahren kennengeler. Ich erinnere mich ganz genau, wie David Will in Zertogenbosch mal einen großen Preis gewonnen hat. Das war eine sensationelle Runde. Und man sagt nicht so schnell, das war jetzt unschlagbar in dieser Konkurrenz. Aber das war wirklich nah dran. Irgendwann war es an der Zeit, dass da ein Reiterwechsel anstand. Und ich hatte das große Glück, eben Colorit übernehmen zu dürfen und seine Karriere fortzuführen. Wir haben auch viele tolle Turniere gehabt, große Preise gewonnen, wie in Mannheim zum Beispiel. Oder das German Masters, was auch eine super Prüfung war mit unheimlich schnellen Stechen. Er kann jeden großen Preis der Erde vorwärts und rückwärts springen. Er arbeitet mit dementsprechend und versucht das gut nach Hause zu bringen. Also es ist ein topgroßer Preispferd, der mir in der ganzen Zeit sehr viel Freude gemacht hat. Das ist ein Paar, das ich von sehr tief bei mir gefolgt habe. Das ist der Zohn von Coriano Set. Ein Paar, der für mich eine sehr, sehr große Beteilnis hat in meinem Leben. Ein Paar, der eigentlich Anfang meiner Karriere betekende. Ich sehe viele Eigenschaften von Coriano in Colorit zurück. Und deswegen finde ich das sehr besonders und eine große Anwens, um ihn an unsere Fokkers zu können anbieten. Colorit Set ist ein Paar, der eine sehr gute Rijbarkeit hat. Er hat ein fantastisches Charakter, die sicher ein Was von Coriano geerfd hat. Er ist ein Paar mit einem sehr schöne, soepele Galop. Er ist ein Paar mit viel Vermogen. Ich finde, dass ich das auch in seinen Nachungen zurückziehe, dass das echt Paarden sind, die fantastisch meewerken in der Straße, die gute Rijbarkeit haben, die für jeden Rüter eigentlich ein passendes Paar gehalten. Ich würde vielleicht auch aufpassen, dass man ein bisschen scherpere Meri mit etwas Blut mit mir bringt.